Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2021 dann machen wir das und das dann da das minimieren so nochmal jetzt willkommen bei bananashow tv und heute southparks ist gerade im steam sehr geschossen für 299 das spiel southparks hatte ich damals schon mal gekauft gehabt und auch schon gespielt und auch auf youtube kanal hochgeladen das gameplay allerdings war das die amerikanische version und zwar die komplett unzensierte version und dementsprechend habe ich nochmal für 2 99 bzw das neue spiel gibt es für 6 euro 90 prozent reduziert im bundle mit der wand war es glaube ich 8 euro also bis 2 euro noch gekauft die normale deutsche variante weil ich weiß nicht ob man die amerikanische version stream dürfte so und jetzt southparks ist take of shoes so options kommen rein das passt aber glaube ich alles natürlich mal ein neues spiel das ist in die lands of zara the humans of koopa keep struggle to stay alive as they are attacked by the wicked drow elves of larnia darkness falls as the humans beg their king to save them a noble king known only as the grand wizard for a thousand years the balance been waged with only the bravery of the grand wizard to protect his human followers but even though the wizard king is so undeniably cool the drow elf armies continue their attack they seek the humans most treasured relic the stick of truth but the tides of war as news of a new kid spreads throughout the land in order to save the humans the grand wizard must get to the new kid before the drow elves to manipulate man and use him to take the sacred relic and human hands for whoever controls the state controls the universe dieses spiel ist so genial wir haben wir schon noch mal wieder bauwein so skin tone next so 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 was alter ich habe jetzt gerade für zwei euro geschossen das spiel weil im bundle war es glaube ich weiß acht euro und was alter was sind die dritte fiese und ein bärtchen was dritte fiese ich weiß gar nicht was du meinst wir bleiben aber bei der fünften fließe ich finde ein bisschen cooler das kann ich aber nur auf welche machen kann was ziehen wir uns denn an da ist es oder mit krawatte kommen wir sind der spinn wir sind der spinner mit der krawatte ist richtig aber ich werde es jetzt noch mal durch spielen weil ich habe mir gerade das battle gekauft für acht euro wie gesagt und für 299 noch mal den season pass für das neue spiel wir fangen jetzt erst mal mit dem alten spiel und werden danach das neue spiel das werden wir jetzt live und stream machen beide nacheinander zocken nebenbei immer wieder zu den anderen games die wir haben und ja genau dann wird dann was ja neu für mich war ich noch die durch gespielt habe so ein ding ist das komm mir eine rosa krawatte das hat das was ja Ja, das stimmt. F, dass der Wütschland niemals durchgespielt wird. Doch, das wird irgendwann durchgespielt. Wütschland wird irgendwann durchgespielt. Ich kann mich nicht entscheiden, was wollen wir uns denn anziehen. Na komm, ja, das passt. Next. 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 Kompliit. Woher weißt du, dass ich das Spiel überhaupt schon mal durchgespielt habe? Woher weißt du das? Woher? Wer hat dir das gesagt? Der Teufel? Woher weißt du, ich glaube, das ist alles. Wir haben es geschafft. Wir sind wirklich in. Es ist ein neues Beginn für uns, glaube ich. Nein, das habe ich nicht. Weil ich die amerikanische Variante damals mir gekauft habe, die ich mit dem VPN aktivieren musste. Ich habe mal ein Gameplay auf YouTube angefangen. Aber ich habe das wieder abgebrochen, weil ich, wie gesagt, ich hatte die unzensierte Variante. Und dementsprechend habe ich nicht weitergeschrieben. Weil auf YouTube die, wie gesagt, ich habe es ein großer Veränderung für uns. Aber, son, ich habe es nicht überheuert. Ich habe es nicht überheuert. Wie gesagt, den zweiten Durchgang habe ich die durchgeschickt, wie sie gesagt, äh, Symbolik und so. Du weißt, wovon ich rede. Symbolik und so. Und so. Aber wir machen jetzt die Sachen auf. Ah, Space. Ah, okay. Okay, nicht. Kannst du was auch machen? Nein, da, nein, nein. Ah, hier, da, das. Take all. Hast du die gleiche Visur genommen? Wie die gleiche Visur? Ernsthaft? Die hätte ich damals schon genommen? Ich spiele doch mit Controller. Nein, niemals. Was? Verschlossen, was verschlossen. Take all. Take all. Erstmal duschen, bevor ich neue Freunde mache. Und um Zeit zu sparen, natürlich, ne, angezogen. Das geht mal besser hin. Was? Komm oooon, komm oon, komm oon, komm oon, komm oon. Na, das geht doch. Hahaha. Natürlich nehmen wir das Shitnugget. Hahaha. Hahaha. Bist du, der Mauszeiger ist, äh, keine Ahnung was, was man damit machen kann mit dem Mauszeiger, der ist halt, äh, kann nicht bewegen. Achso, dich, dich triggert der Mauszeiger. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt mit Controller geht. Gehts, aber der Mauszeiger ist trotzdem da. Ja, ok, wenn ich Controller dran habe, gehts nur um den Controller. Wo ist denn Sprinten? Ja, da, Sprinten. Sag mir nicht, was ich zutun hab, Mutter. Ok, Geld darf ich nicht. Es war nicht eine Request, es war eine Kommande. Jetzt geh da raus und mach ein paar Freunde. Ja, moin, schießt. Ja, moin. Warte mal, warte mal, warte mal, komm ich da ran? Na, warte mal, ich, anscheinend nicht, ich muss da irgendwie... Okay, das geht noch nicht. Äh, hier bin, äh, sind die Kettet in Tauern. Ja. Tokens Haus, ne? Karmens Haus. Oh, cool, ich kann nicht in die Garage gehen. Geil, neue Versur. Kaolin, ja, ja. Du wirst sterben mit meinem Warhammer, Drow-Elf. Nuh-uh. Ich bin zuerst in die Forrest-Räume. Insofern, ich bin zuerst. Aha! Du kannst nicht mehr weiterentwickeln. Hilf, jemanden! Ich kann nicht mehr weiterentwickeln. Hilf! Hey, nicht wahr, das ist falsch. Ich werde meine Mutter erzählen. Dankeschön, Kind. Ich wusste nicht, dass er eine Pflicht hat. Mein Name ist Butters the Merciful. Ich bin Paladin. Ich live neben dir. Wir sollten Freunde sein. Keiner mag Butters. Kann ich mir denn löschen? Äh, das hier. Äh, Heldsposs. Shit, nein. Andreas, du musst mir sowieso gleich helfen, welche Klasse ich spielen soll. Jetzt komme ich mir noch nicht ran. Hey, where are you from? Where'd you live before moving here? I don't know anything about it. Is that Colorado? Why are you wearing your hair like that? Everything is closed here. Andreas, you're still there. You have to help me. Your coming was foretold by a Coldwell Banker. I am the Wizard King, but the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. Oh, and the last one is there. Oh, who's your new friend, Eric? Shut up, mom. Not now. Oh, we have him. We have him. Ah, we have him at home. Welcome to the Kingdom of Koopa Keep. Das ist so genial! Er ist die Power of Diabetes! Ah, geil! Ich darf nicht mehr sagen! The Rock of Insanity The Rock of Insanity holds mysterious powers! Kay, you're insane now! If you want to be- Kay, you're healed! Kay, you're insane now! Kay, you're insane now! Kay, you're insane now! Kay, you're insane now! Kay, you're healed! Kay, you're healed! Kann ich auch was auf den Pool of Visions machen? Kay, you're insane! Kay, you're insane! Okay! Ah, du hast die Training-Area gelegt, wo unsere massive Armee lernt, um zu kämpfen. Als Korps-Paladin, mein Job ist, um den Wizard-Kring zur Justiz zu vermitteln. Und das Bild. Und das Bild. Ja, Kenny, ich verstehe jedes Wort. Neue Quest. Oh, cool, eine neue Quest. Ähm... Quiz. Äh... Prinzessin kann die heiße Flower. Vielleicht kann eine... ...kann sie irgendwo in Cartman's Backyard. Ah, da. Oh, cool, ich kann hier hoch. Ist das geil? Die... die Comments dazu. Geil. Das Spiel war schon... das hat schon mir einen Spaß gemacht, sag ich euch. Cool. Ja. Ja. Das war's für heute. Also ich weiß auf jeden Fall, das erste Mal habe ich es durch, also komplett durchgespielt habe ich es als Mäge. Das war cool. Fighter habe ich hier schon angefangen. Ich weiß nicht warum und wie weit ich gekommen bin. Ich weiß nicht was nach Thief kam. Ein Mäge ist wie ein Wälder, nur nicht als Kuh. Ein weites Thief? Ich habe nie von einem gehört, aber interessant. Jew, oder? Ich denke, wir werden nie wirklich Freunde sein. Mit der Klasse habe ich es noch nicht durchgespielt. Jude ist auf jeden Fall, und da kannst du dann irgendwann, glaube ich, einen beschneiden. Das ist total bescheuert. Mage war auf jeden Fall cool. Fighter war, naja. Fighter war, naja. Viel Spaß gemacht. Was für eine Klasse. Was für eine Klasse. Hast du doch meinst, dass die Klasse gleich sind? Dieb und Jude gleich, oder was? Sag mal an, welche Klasse soll ich denn spielen? Du bist gerade noch der Einzige, also hast du da als Einziger die Auswahl. Bei du sagst, wird gespielt. Ja, ich glaube aber auf jeden Fall auch cool. Aber wie gesagt, damit habe ich schon mal durchgespielt. Okay, okay, cool. Also ich habe extra Duschbag eingegeben, weil egal was du dich eingegeben hätte, es wäre auf jeden Fall auf Duschbag gelandet. Weil ich kenne das Spiel. Ich wusste es. Ja, geil. Weapons, Rooks, Digger, Zischof. Ne, sind auf jeden Fall, sind auf jeden Fall verschiedene Sachen. Das müssen komplett verschiedene Klassen sein. Oh, ich kann Bleedingen machen. Ich höre die Bar von you. Da spielt der Südpark, Lul. Ja, mein Blong. Was ist bei mir? Bei dir? Wie geht's, wie steht's? Oh, dann kann ich den Bart verändern, zum Beispiel. Modify, Empty Slot. Du kommst ein bisschen zu schütteln wie ich, als du bei ihm sagst. Du kommst ein bisschen zu schütteln wie ich, als du bei ihm sagst. Clyde, you have to wait your turn. That's lame. No, Clyde, it's like olden times. You have to wait your turn. Like in the middle ages, Clyde. I know it's lame, Clyde, but that's how we're fucking doing it. Alright, Douchebag. Bash Clyde's face in. Don't be jacked. Use to take your action. Ich hab ja nur den Digger. Und auf ihn. Oh, mein Gott, it's butter is all over again. Okay, look. Try putting your back into it at the last possible moment. Ah, was? Oh! Ach so. Wenn's blinkt. Fokus, right before you strike. Wenn's blinkt, soll ich machen, oder was? Ah! 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 Oh, hell yeah, Clyde, you bitch! Alright, Clyde's wearing armor. In order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. Power tick. Ich tue doch ich's. Come on, fight! Ach so. Ich tue das. Oh, shit, dude, ich denke, ich sehe Blut. Fuckin' nice, bro. Das ist genau das, was du machst, die Leute, mit Armour, so wie das. Okay, listen up. Der Kino surviving in der Beine ist nicht zu getren, in der Beine. Clyde, es ist deinem turn, um zu attacken. Douchebag, protect your badge. Tap A, wenn du syndicated block. Prepare yourself. This is unblockable. Yes, that's what I'm talking about. Dude, you're already way better than Clyde. Blocking is some damage, not all damage from my tech. Äh, wie gesagt, Block. Äh, du kamst bisschen zu spät. Eben grad war die Auswahl der Klasse. Da an der erste Einzige war, konnte an der erste Klasse wählen. Deswegen spielen wir jetzt Start... Äh, deswegen spielen wir jetzt wieder, äh... Fighter, noch Mage, noch Jude, sondern... Dieb, also C, spielen wir diese Runde. Heroic powers. Using your ability takes power points. Or PP for short. Äh, PP. If you have a fucking better name for them, then fucking say it, Clyde. Fucking asshole. I'm the king and I say it's PP. Douchebag, use your thief ability to make Clyde pay for insulting the king. So, was haben wir denn für eine Ability? Was kann die denn? Äh, Backstep. Steps into the last enemy in a row, dealing heavy damage and a few assistive beating. Oh, nice beating. Oh. Heck! Wait to wipe that smile off his stupid face, douchebag. Now do it one more time. Finish him! What? I was going easy. Take this. Die. Ouch! Backstep. Six PP. I thought you were supposed to say this. Why, Blom? Was wäre denn deine Wahl gewesen? Was hast du dir gewischt? Yeah, that was awesome! You were all like, Biii, and the cloud was all like, Nye, nye. Ha, 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 ha. Okay, okay. You prove yourself worthy, use bag. Now come inside the war tent, and I shall let you see the Retic. Would you like to see my wares weary traveler? Alles außer das, was, ja, was hättest du hier genommen? Well, here it is. The reason why humans and elves are locked in a never-ending war. The relic for which human and elf are willing to die. The stick of truth. Hauptsache, I don't know. Just two days ago, we took the stick back from the elves. Our kingdom was dying, but now it thrives. For whoever controls the stick, controls the universe. Don't gaze at it too long, for its power is too much for mere mortals to look at. Now that you have seen the stick of truth, let's discuss your dues. Being a member of my kingdom costs $9.95 for the first week, $4 of which is tax deductible. Alarm! 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 Someone has sounded the alarm! 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 What is it? The elves are attacking! Oh my god! Defensive position! We just need the carousel's hungry, so there's none of us. We just need the carousel's hungry, so there's none of us. Give us the stick, humans! Fuck you, drow elf! Come and get it! Clyde, guard the stick of truth while we defend the fortress! Aye, aye! Aye, aye! We're not playing pirates, Clyde! This is your chance to prove yourself. Hold off the asshole elves at all costs! Oh, here! Oh! Do it, douchebag! Kick these off the asses! Ähm... Ähm... Oh, scheiße! Ich habe die Topp-Wissen! Potions will heal you! Ähm... Items... So... Each of you... Ähm... Ein Item... Will say you can have one potion every turn. I asked for five, but this was compromised. This guy's fast, douchebag! Try to block all his attacks! Ah! Well, if this job doesn't work out, at least you've got a future as a training dummy. Come on, get it right! Ah! Okay, if you block all the attacks, you get a counterattack! Look at your enemy on the ground. We can help this! Kick the shit out of him! Ah! 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 Das FORM gekostet, die grammatischen Didler können! Die ganze Bar zum Deal, aber Alter! Ach ja! Oh! Alter, was da da ist ja... ...Das ist ja mega, 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 mega! ...Meg apoyo! Ah, der ist ja der Summa un enfants. Ah! Ah! Oh, geez! Ah! 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 Oh, die ganze haut! Die bizilieste ist ja so hart oder so? AngND! Ich habe dich zurück! Äh, reposting... Ah, Alter, was ist bloß mit mir? Äh, Alter, was? Ich habe äh... Auf? Aufs? Ha! Ich hab... Ich hab... Aber du, die können mir gescholen bleiben. Lul! Stop dicking around! Hahaha! Aw man, he was totally waiting for you dude! You can't just hit him like that! Animates in the repost stands can counter-mediatecks. Use arrows of abilities against you. We need to try a different tactic to damage him. Look at that archer, hiding behind his friend like a wood! Switch to your arrows, douchebag! Snipe that little bitch! Oh! 56 und Blut. Alter, wow, ey, Junge, was macht der Diva Nevisch? Geil, Kinderspieler nicht gewusst. Das ist echt so, ne? Das ist mal bezeichnet. Äh, reposting auf Miele, Shielding. Okay, that guy has a shield. Shields are super weak. Just hit them with your simplest hit over and over and wear them down quickly. Cheese can give you a number of hits. He has no minute takes abilities and did a lot of hits against them. Nope. Ah! Hell yeah, that's how you do it. The other elf let his guard down. Now's your chance. Power attack is armor. Oh jeez, that's it. Now finish him! Ah, it's late. Das war nicht. Auf den Eiertritt als Move. Ähm, das hatte auch der Warrior und der Jude konnte beschneiden. Der Jude konnte die, äh, den Gegner zu beschneiden und dann halt, äh, Blutenschaden zu machen. Take that, you asshole elves! Better luck next time! Nah, 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 nah. We still control the universe! Ha, 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 ha! It's gone. What? The stick of truth. The elves got it. That was your one goddamn job, Clyde! To guard the stick of fucking truth! Clyde, you are hereby banished from space and time! What? No! You can't do that! Yeah, I can! You're banished and lost in time and space! Yeah! Go home, Clyde! You fought bravely on the battlefield, douchebag. Ha! The duken may be a douchebag, but you sure can fight! Shut up, Scott. Nobody cares what you think. Anyways, we have a bigger problem now. The stick of truth has been stolen, and we must assemble our entire army in order to get it back. But our three best warriors still haven't reported for duty, my king! Our newest member can take care of that. Douchebag, I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors. Token, Tweak, and Craig. I am texting their pictures to your personal inventory device now. But beware. The lands outside are full of marauding drow elves, monsters, and sixth graders. Be sure you're well equipped. Now go! And send my warriors here! Fighters, go with him! Upgrade the way! Like if you think I am the first main of all ends. was sollen wir sie klein geht nein natürlich nicht aber ich habe ein shit nugget was kann ich dir geben stanz die target an der perfekte setze und sendst dies von einem backstab habe ich market tags was sind market tags sind meine normalen tags auch hier Ah, hier. Ah. Here's what we're selling today. Oh, he penetrates five armor. But it's very active. That was very funny. Wait a minute. Where is he now? It's actually a Goss Kit. Letter to Tweak. Letter to... There's also the Fortsetzung Spinel heute gekauft. Beide zusammen für 8$. You kids be careful now. 90% resorziert. Im Bundle, glaube ich, sogar 91%. This is the King's Room. I don't think we're supposed to be here. What exactly are you looking for? I see that. Miralbo. Kuhn. Friends. Awesome. What do you think? What do you think? Und hier, die Chinesen. Ach, Chinesen. Ach, meine... Die Chinesen übernehmen alle. Ach. Ja, Bundle ist immer cool. Ah, bei Black Sun Ra, Purple Passion und Jackrabbit. Wer kennt das nicht? Hand-Magic und Butt-Magic, ja moin. Das ist ein Weg, Mann. Alter. 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 Ach so, ah. Ich muss da drücken jetzt. Ich hab ja hier die Controller jetzt. Los, 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 los. Das bedeutet, du kriegst einen freien Willen. Yeah. Noch ein Shit-Nugget. Ah, erst mal duschen. Das ist das Badegast. Das ist das Badegast. Oh, scheiße. Der Dick hat Geld. So anlassen. Die ganzen Anspielungen auf die Folgen sind schon nice. Schon lange nicht mehr gezockt, ey. Mega geil. Wie gesagt, Thief ist auf jeden Fall interessant. Ich weiß gar nicht mehr was der Wizard als Fernkampfeinheit hatte. Mein Erich hat sicher viele kleine Spielkampfeinheiten. Er ist so ein freundlicher Junge. Ähm, 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 ähm. Uesertbier. Das wär was für ein Uesert. Behold! The Resident of Butters, the merciful! Butters really is a very sweet boy. I hope you'll treat him as you would a normal child. Ah, this must be the new kid. Good for you. Au! 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 Gute Zogen, so ein Ding ist das. Jo, was war's mit dem Einkauf? Wir müssen nochmal los. Au! Ha, 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 ha. Er schockt weiter im Handy. Au! Welcome to my room. Pantekina. Und Chaos. Das sind meine Minions. Sie helfen mir mit der Gesellschaft. Ah, was? Was? Was ist der Eiersack? Was ist der Eiersack, Alter? Was ist der Eiersack? kennst du dich die folge was ich dass das weil das dann klebt und so tut dass wir da irgendwie so ein sonderling und ist da unter den sonderlingen weil karten wie geld damit verdienen möchte ja garagenschüssel sicher das eier Dieses Kind muss aber ziemlich oft kacken. Egal. Was war das? Wir haben ja schon zweimal Shitnuggets dabei. Wir müssen zurückkommen. Ah, mit rechter Trigger. You can't expect me to pat you on the back just because you've made a few friends. As soon as you have a lot of friends, then I'll be proud. Oh look, you've made friends! I'll be your friend too, sweetie. See? It'll make you look popular. Uhm... There's nothing more. Let's go back to the top. There's something available from DLC. Money! Oh cool, money! More damage. Shock damage increased. Frost damage increased. Fire. 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 Defender. Fire. 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 Oh, 20% HP, if you kill the enemy. That sounds very interesting you know. Rebirth as the side of Convest, okay. 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 Okay, vielleicht zu der anderen Seite raus. Ah, da komme ich raus. Timmy! Ah! Zwei von ihm. Ah, aber jetzt... Oh nein, Elfen! Äh, Ticker? Oh, falsche Taste. Ah, Mordbutts. Ah! 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 Nein, ich hätt ihn treten können. Wow, war das gar nur 26? 26? Au. I got your back, yo. Ich glaube, ich wurde gerade angerufen, by the way. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Machen wir noch mal ein neues Spiel. Gucken wir noch mal. Gucken wir jetzt mal springen. B. B. To skip in. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ich bin noch mit Haselt Tour. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ich bin noch mit Haselt Tour. Gucken wir mal. Äh, was? Weg. Ich gehe Secondary. So, zack, zack. Komplett. So. So. Pia-zu. So. Oh, oh. Go on outside, sweetie. Come on, son. Get out there. Make friends. So. You shall die by my warhammer, drow elf. Uh-uh. Banished it? Hey, no fair. That's cheating. I'm going to tell my mom. I didn't realize he had a health potion. My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends. You should speak with the Wizard King. He's been talking about your arrival. The wizard lives this way. In the green. Over there. Hey, where are you from? Where'd you live before moving here? Do you like to call a rat? So. That's what we've seen. We've already seen. We're just looking at a different class. Oh, who's your new friend, Eric? Shut up, Mom. Not now. Don't talk to her. She's not part of the game. Don't talk to her. She's not part of the game. Don't talk to her. She's not part of the game. Don't talk to her. She's not part of the game. Don't talk to her. She's not part of the game. Don't talk to her. She's not part of the game. Don't talk to her. She's not part of the game. Don't talk to her. She's not part of the game. Welcome to... You may have heard of my deeds at the battle of Stark's pun. My oil fee is as miserable as my diabetes. Meow. Be careful, the Rock of Insanity holds mysterious powers. K, you're insane now. If you want to be healed, you must gaze at the rock again. K, you're healed. K, you're insane now. K, K, you're insane now. K, you're insane now. K, you're healed. As Core Paladin, my job is to deliver the Wizard King's justice. And his mail. Behold, the distant realm of downtown. Home of corrupt merchant guards and homeless people. I know it is a massive kingdom, but you'll learn to find your way around. You have located the training area where our massive army learns to fight. The Wizard Stump. Perhaps one day I will show you what it does. You have been sought out, New Kid. Because humans everywhere are in great danger. Blong, you have just got a name for us. In return, I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. It's time for your first quest. But first, please tell us your name. Blong. Blong, Blong. Blong, Blong. Blong, Blong. Blong, is that correct? Blong, is this correct? Blong, is this correct? Blong, is that correct? Sind wir uns sicher, dass wir den Namen behalten wollen? Beim ersten Mal habe ich Duschweg eingegeben und natürlich Duschweg Kass. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Dusch, Jude. Es gibt zwei Möglichkeiten, Jude oder Magier, die wir spielen. Fighter habe ich mal gespielt, war nicht so lustig. Aber wie gesagt, Mage oder Jude. Sag was? Mage oder Jew? Mage hat sich einiges bereich. Ja, mit James Mage habe ich schon mal durchgespielt. Aber ganz ehrlich, Jude mit Judas Gamer durchspielen wäre sicherlich auch lustig. Karten mag ich ja nicht so. Mage habe ich auf jeden Fall gespielt. Mage hat Spaß gemacht. Ja, aber du war auch lustig. Du musst auch wissen, was du schon mal durchgespielt hast. Ja, den Mage habe ich schon mal durchgespielt. Mage war cool. Mage ist wie ein Wizard, nur nicht so cool. Du siehst du genug zu sein, um ein Jew zu sein, oder? Also ich glaube, wir werden nie wirklich Freunde. Der Dieb ist ja so irgendwie, naja, Jude war lustig, glaube ich. Ja, Jude oder Mage, komm doch, sag was. Deine Jude, weil ich nicht weiß, was der so macht. Okay, dann wir werden. Wollen wir uns einen Tipp und einen Rumor ane? Weapons. Ah, ein schönes Purchase. Holy Ring. So, uh, cool was ich mal hier. Ja. Äh, Jus, äh, genau. Deswegen ja, ihr nehmt den Stab und wenn man H sagt. Ah. Oh, hell yeah, Clyde's your bitch. Alright, Clyde's wearing armor. In order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. Ah, shit, dude, I think I see blood. Fucking nice, brah. That's exactly what you do to guys with armor like that. Okay, listen up. The key to surviving in battle is not to get hit in the bombs. Clyde, it's your turn to attack. Douchebag, protect your bombs. Prepare yourself. Yah. Yeah, that's what I'm talking about. Dude, you're already way better than Clyde. Alright, it's time to use your heroic powers. Using your ability takes power points, or PP for short. P-P-P. If you have a fucking better name for them, then fucking say it, Clyde. Fucking asshole. I'm the king, and I say it's PP. Douchebag, use your Jew ability to make Clyde pay for insulting the king. Uh, Sling of David. Come on, fight. Spin. Ah. Wait to wipe that smile off his stupid face, douchebag. Now do it one more time. Finish him. What? I was going easy. Take this. Critical hit. Ach so. I have the 2nd ability, but it's cool. Ha, 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 ha. Dude, that was awesome. You were all like, bing, and the cloud was all like, nah, nah. Ha, 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 ha. Okay, okay. You prove yourself worthy, Jew-sbag. Now come inside the war tent, and I shall let you see the relic. I think I will also test the Mager again, and then I will decide what to play. What was going on to play? Would you like to see my wares weary traveler? Well, here it is. The reason why humans and elves are locked in a never-ending war. The relic for which human and elf are willing to die. The stick of truth. Just two days ago we... Man in the gate! Don't let them through! Give us the stick, humans! Fuck you, drow-elf! Come and get it! Klein, guard the stick of truth while we defend the fortress! Aye, aye! Do it, douchebag! Kick these elves' asses! You're mine, now! You're wounded, douchebag! Potions will heal you here! We'll say you can have one potion every turn. Oh! I asked for five, but this was a compromise. This guy's fast, douchebag! Try to block all his attacks! In your face! Okay, if you block all the attacks, you get a counter-attack! Look at your enemy on the ground. Weak and helpless! Kick the shit out of him! Awesome! You kicked his helpless ass! Now finish off these elves in the name of the Wizard King! Oh! Oh, man! Auch good ever! Ah! Great job, douchebag! Ah! Oh! Shut it! Butters, you're losing! Stop losing! But, but I wanna make him feel bad! Ah! Ah! Was ist das WC? Okay, will ich auch nur einfach... Will ich auch nochmal ein Buh? Ah! Leave me alone! Great job, douchebag! Ow! Kick their asses, you kid! I got you back! Jesus Christ! Oh, hamburgers! So... Let's do this, douchebag! Reposting... Wow... Also einfach Schild! Hell yeah, that's how you do it! The other elf let his guard down! Now is your chance! Let's do it! Power attack his armor! Motherfucker! That's it! Now finish him! Oh, der war ganz schön viel... Ah, der hat da oben mit 25 augen... Drow elves, fall back! Fall back, I say! Yes! Yes! Awesome, dude! Take that, you asshole elves! Butters, go with him! Guess I'm minding yourself now! You need any weapons or armor? You name it, we'll sell it! What are you selling? Hmm... The junk,購入 it... The junk,購入 it! See how you sell it today... Oh, das ist aber vergessen. Jujutsu. Genau. Jujutsu war mega lustig. Jujutsu war mega lustig. Es ist Jesus Lied. Ein Jesus Lied. Jujutsu war mega lustig. Jujutsu war mega lustig. So. Jujutsu war mega lustig. Oh, beim anderen vergessen eins zu dabbeln. Oh, was jetzt eh? Sterbt Einkäufe! Welcome to my room! Those are my minions. They help me punish society. I don't know what to do. I have already seen the bar. Oh Gott So, dann haben wir hier gekaut Ich habe jetzt einen Schwerer auf dem Weg. Ich werde mich nur auf dem Weg gehen. Ich werde mich nicht mehr auf dem Weg gehen. Die Schwerer sind für alle Rechte. Ich werde mich nicht mehr auf dem Weg gehen. Du wirst nicht erwartet, dass ich dich auf der Rückseite kacke, weil du ein paar Freunde gemacht hast. Als nächstes du viele Freunde hast, dann bin ich stolz. Oh, schau, du hast Freunde gemacht. Ich werde auch dein Freund sein, sweetie. Es wird dir populär sein. So, sieben Freunde. Was heißt sieben Freunde? Perk. Ach so, ich habe einen Upgrade. Ah, Perks. Ah, ich kann mit einem Perk, also. Ah, scheiße, ich habe die Blumen noch nicht abgegeben, man kennt ihn. Das heißt, dann gehen wir nochmal zurück. Genau, ich wollte nach oben gehen. Oh, hier habe ich auch zu sehen. So. Storage. Assassin. Das ist ein... Das ist ein... Das ist ein... Das ist ein... Das sind wir auch schon damage hier. Ranger, der 11. Das war ein Bande hier. Passt doch klasse. Hab ich sie je schon mal kaputt gebracht. Wir müssen erst noch was erkennen hier zurück. Das war gar nicht so gut. 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 Dann probieren wir jetzt mal Jutsis zu aus. Das war gar nicht so gut. 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 It looks bad. Here, take some of this magic cure potion. Make sure you always carry a few potions. Just don't get grounded from raiding Apothecary's pantry like I do. You're not waiting on me, are you? Oh, that's what I'm talking about. Oh, it's kind of jiu-jitsu. Die, asshole. First strike tripping, son. Yeah, that's it, little buddy. Oh, I don't want to ripose it. We're still doing this, right? Oh, I don't think. Oh, I don't think. Oh, that wasn't so bad. There you go, Al. Peace, man, justice. There we are. I don't have a yucleus. so Ohhhh Ich bin mal weg Oh, das war's Danke für being mean to people. Sorry, but we can't be friends until you have more friends. Sorry, but we can't be friends until you have more friends. What's on the map? We can go to the back. Okay, there is a quest. Oh, it's not a place. Oh, I can't see it. Oh, I can't see it. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. I'm actually faster at Facebook messaging than I am at speaking. Here, this will just go a lot faster if I friend you. Der Mord Ich bin in der Trinidad im Garten. Ich bin in der Trinidad. 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 Okay, cool. Ich bin in der Trinidad. Okay. Okay, aber kann ich nicht interagieren? Bis jetzt. Ich bin in der Trinidad. Okay, cool. Ich bin in der Trinidad. 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 Stibid Klez. Wir sind nicht mit Conformis. Wir holen die Sachen, wie wir tun. Was? 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 Oh, es ist auf. Okay. Posting, okay. Son of a Biscuit! Let's go, asshole! Ich weiß gar nicht, was ich ist fertig. Es ist gut. Ich weiß gar nicht, was ich bereit bin. Wachen wir jetzt gut. Oh ja, das ist gut. Komm doch! Ja! Hör auf! Ich hab's. Wann du links hast du? Oh, I wanted to show mercy. Oh, I got beat up one time over there by that train. Oh, I got beat up one time over there, I got beat up one time over there. Oh, I got beat up one time over there. Oh, I got beat up one time over there. Oh, I got beat up one time over there. Oh, I got beat up one time over there. Oh, I got beat up one time over there. Oh, I got beat up one time over there. Oh, I got beat up one time over there. Oh, I got beat up one time over there. Oh, I got beat up one time over there. Oh, I got beat up one time over there. Oh, I got beat up one time over there. Oh, I got beat up one time over there. Oh, I got beat up one time over there. Oh, I got beat up one time over there. Ich habe dein Begriff, doch! Tonhain? Dämmt! 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 Maybe now you're pretty lifeable. You're weird. Untertitelung im Auftrag des ZDF Okay, ich kann ihn nicht mehr schießen. Ah! Oh! Fack da polis! Oh! 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 Come on a quieter day, I'll take you on a ride along. I'll be way more careful than I was with the last kid. Hey kid, find the key and bust me out of here. You don't talk, huh? Me neither. That's why they won't let me out. Ah! 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 Well, the key Oh, Beweis bitte Robben, immer gut. Oh, wie ist das, Coach? Keine Beweise mehr. Oh, was ist das? Oh, was ist das? In der Locker-Rum. Oh, hey, ja. Oh, was ist das? 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 eine Rolle. Und die hier? Mercer! Ah! I got your back yo! I got your back! Well, that's what you get from being mean to people! I swear Rupert Stomper had a couple more years on his sentence, but you do have the key! Thanks! Now finally I can go see a Disneyland that hasn't been snuck into prison in some kid's asshole! Come on a quieter day, I'll take you on a ride along. I'll be way more careful than I was with the last kid. So. Was that too? It's difficult, Eve. It's really difficult. Stop getting around! Stop getting around! That was the most perfect throw I've ever seen! So, that's for us. Oh, why does it snucked? Oh, why does it snucked? I'll see you then. It's all in the house! It's all right, it's all right, it's all right, it's all right. What is it? What's going on now? Wait, 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 wait. Das ist ein Pokémon. Oh, what sad times these are when the nation's youth run around in dungeon clothes playing the games of Satan. Young man, if you really want power, there's only one thing you must do. Find Jesus. Find him, and when you do, return to me. Give it back! Give it back! Why don't you make us? That's my Justin Bieber toy. Not anymore, it's not. Aw, did Baby lose her toy? Who is this? Peanut candy, now it's good for you. Ah, hamburgers. I see you in the crease, son. How is this going on? Suck! Butts, butts, butts! Oh, that's a Pokemon! Snicket! Zitial! Hey, kid, maybe you can help us with something. All these homeless people in South Park are making us look like a cold and heartless town. If you could go and beat the crap out of all the bums and vagrants, they'll leave town, and it'll restore South Park's reputation as a compassionate community. You gotta get every single one of those bastards, okay? Chop-chop! LOL! LOL! Let's do the homeless people! 5% integration? wir nehmen das monocle monocle sind immer cool du bist schade, das ist awesome if you ever want some work done on your nose see dr. tom he's the best this here is the marketplace this is where heroes can come for adventuring gear nose jabs and abortions do you think we're really being good teammates here can we get back to the quest some mornings I wake up with a sore asshole I must be sleeping on it funny I think we're going to not do it Ich würde gerne zu reden, aber du bist nicht populär. Cut es raus! Du bist so schlecht! Was da wohl drin ist? Ah, den Schuss haben wir bekommen. Sie werden mich für ein Stück über Narcissismus interviewen. Ich kann mich nicht erwarten, zu erzählen über mich. Vielleicht werden sie mir ein Bild in den Artikel, auch. Ich liebe dich, du bist. 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 Ich liebe dich. 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 In der Zeit. Lass mich. Warum kann ich mich nicht so ausprobieren? Moin Moin, Andrew. Wie ist es? Sie lieben zu reden, aber Sie sind unpopular. Cut es aus! Hey, Officer Butt-Baby! Das ist Butt-Brady! Ich höre CityWalks. Ich höre CityWalks. Ich denke, Sie haben einen schönen Tag. Wollen Sie mehr über Ihre Haare, wenn ich Sie. Das ist offensichtlich. Ich höre CityWalks. Oh, hello! Are you interested in some rhinoplasty? Here's a brochure with all of Dr. Tom's rates. Das ist ein dick. Ich sehe mich bei den Lern. Ich habe das ein dick. Ich habe das ein dick. Ich werde das ein dick. Ich mache das ein dick und sage, wie Sie tun? Das ist etwas in meinem Rundfunk. Das ist etwas in meinem Rundfunk. Das ist etwas in meinem Rundfunk. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 I know you aren't supposed to give money to Panhandlers, but this vice president kept costing me and I felt so bad for him. Ich will die Glas ausgebildet. Sehr schock, dieb. Dieb war irgendwie uncool. Jetzt haben wir mal als Jude angefangen. Warte, wo geht es hier hin? Oh, hier da, wo Southpock steht. Sorry, but we can't be friends until you have more friends. Die Juden sind sehr geil in dem Spiel. Ja? Deswegen glaube ich den... ...wann was lustiger ist. Jujitsu ist richtig okay, ja? Mit Match hatte ich früher das Spiel auf jeden Fall schon mal durchgespielt. Deswegen, wir spielen das Spiel nochmal. The best way to get to Canada is North. Ja, ich spiele das neuere. Das neuere. Okay, das ist ein Sticker. Put all the money in a bag or I'll fucking kill each and everyone. Oh, hey, all right, Benny? How's it going? Just showing the new kid around. Hi, buddy. Welcome to the... Good to see you too, Butters. Thanks for checking in. Welcome to the Bank of South Park. Would you like to invest money with us today? Sorry, kid. Come back when you have some money to invest. Welcome to the Bank of South Park. Wise move, young man, and a bold first step towards your financial future. We'll just take that money and employ significant leverage using computer-assisted high-frequency trading and index fund rebalancing to buy ahead of certain stock movements and it's gone. Ich wusste, dass es bald ist. Welcome to the Bank of South Park. Would you like to... Sorry, kid. Come back when you have some money to invest. And it's gone. Was das bald ist zu der gesagt? And it's gone. Das, was mir wert für die Joke. Du weißt, welcher war ich? Mage. Der Nachübel. Wow, was ist denn falsch mit dir? Was ist 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 falsch mit dir? Warum machst du das irgendwie wie ich? Let's just keep this between us, okay? Because we're such good friends. And then... Wich wich wir mag? Map. Quest. Abilities. Da, das ist das glaube ich mies. das war glaube ich die beschneidung die ist mega fies die macht richtig dps increased Ich fahre zu, dass ich mich nicht verstehe. Ich verstehe das, was ich nicht verstehe. Aber ich bin gespannt, dass ich die Flügel verblüte. Ich dachte, ich habe es verliebt. Ich habe Angst, dass die Flügel verblüte. Ich weiß nicht, ob es ein Bestandteil der deutschen Version ist, ob es ausgequettet ist. Elfen! Die ist drin. Ah. Ah, cool. Jojutsu! Alter! Ich habe hier gesessen. Oh. Der kann vorgehen. So unfair. Ja. Unplanned Parenthood sind nur diese Bohne nicht dabei. Und die Sparhausgabe verändert. Ah, okay. Kann ich gar nicht verstehen, warum. Oh nein, der steht hier auf dem Posting. Äh. Der wird gegrillt. Geht zu Jim's Guns und kauft den Hunters Guide. Okay. Who the fuck are you? Ah! Ehh. Ich muss mich zurück. Ähm. Da ist die Quest. Ich musste hier sein. Ich weiß nicht, mein blaues Haus, glaube ich. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich muss dich nicht sehen, dass ich das nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, dass ich das nicht gesehen habe. Das ist das, was wir sehen. So you know that I have been, and will always be, your friend... on Facebook. Live long and prosper. Live long and prosper. So slow. Hello there, fellow. I brought you something. Oh, what is this? So, my friend, what did you do already? Well, as a thief already makes more. Not with the Jews. So much work, the whole time to mix. Ah! Oh no! Triple hard hit. So, target hits for exile damage. Okay. Ah! Can I take the sticker again? Can I take the sticker again? I don't know if I can take the sticker again? Ah, yeah, can't. Okay. It was like that, that would go. Level 3 and Level 4. I can't even take the sticker again. Ah, so there is the color. I know... Ah. Yeah. Oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, das war's. Ich werde das nicht mehr so machen. Ich werde das nicht mehr aufnehmen. Ich werde das nicht mehr aufnehmen. Ich werde das nicht mehr aufnehmen. Das ist gut. was die gar nicht zu die Oh shit Come on I don't like this game anymore Chu jitsu We're still doing this, right? Eh Ah Wait, whose turn is it? Ah Ah Fähig mit der Heilung Ah We usually win Sorry, but we can't be friends until you have more friends Ah 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 Hier sparen wir noch. Ja, sag ich mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, jetzt wieder zurück, ne, genau, oder Goyan. So, save game. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, schönen guten Abend, gute Nacht und bis zum nächsten Mal, tschüss. So, ich hoffe, es hat euch gefallen.